Herzlich Willkommen! Schön, dass du dir eine kleine Auszeit gönnst und etwas zur Ruhe kommen möchtest. Ich wünsche dir eine gute Entspannung. 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 Die Fußspitzen fallen nach außen. Deine Arme liegen in einem natürlichen Abstand vom Körper entfernt. Die Handinnenflächen zeigen zur Decke. Deine Finger sind dabei ganz natürlich eingerollt. Dein Kopf liegt in einer neutralen und für dich bequemen Position. Wenn du magst, schließe deine Augen. Nimm dir ausreichend Zeit, in dieser Umgebung anzukommen. Spüre, wie sich deine Bauchdecke mit der Einatmen. Die Ausatmung hebt und der Ausatmung senkt. Du atmest ein und wieder aus. Du atmest ein und wieder aus. Spanne jetzt dein linkes Bein für fünf Sekunden an. Indem du die Zehenspitzen zu dir heranziehst, das Bein im Kniegelenk streckst und es leicht anhebst. Löse die Spannung und genieße die angenehme Schwere des linken Beines. Spanne jetzt dein rechtes Bein für fünf Sekunden an. Und dann, wenn du die Zehenspitzen zu dir heranziehst und das Bein im Kniegelenk streckst und es leicht anhebst. Löse die Spannung und genieße die angenehme Schwere des rechten Beines. Spanne dein Gesäß an, sodass sich der untere Rücken und die Rückseiten deiner Oberschenkel vom Boden lösen und zähle bis 5. Löse dann die Spannung und spüre nach. Spanne den linken Oberarm an, indem du den Unterarm anwinkelst und deine Hand zu einer Faust beißt. Zähle bis 5. Löse die Spannung und genieße die Schwere des linken Armes. Mache nun mit der linken Hand eine Faust. Und zähle bis 5. Löse dann die Anspannung und fühle bewusst deine linke Hand. Spanne den rechten Oberarm an. indem du den Unterarm anwinkelst und deine Hand zu einer Faust beißt. Zähle bis 5. Löse die Spannung und genieße die Schwere deines rechten Armes. Mache nun mit der rechten Hand eine Faust. Und zähle die Spannung und genieße die Spannung und fühle bewusst deine rechte Hand. Ziehe jetzt deine Schultern hoch und halte die Anspannung für 5 Sekunden. Lasse dann die Schultern bewusst sinken und spüre nach. Drücke nun deinen Hinterkopf gegen die Masse. Zähle die Mathe und zähle bis 5 Sekunden. Löse dann die Spannung und spüre nach. Richte deine Wahrnehmung auf dein Gesicht. Lasse deinen Unterkiefer locker. Drücke deine Zunge gegen den Gaumen. Presse Zähne und Lippen aufeinander. Rümpfe die Nase. Kneife die Augen zusammen und zähle bis 5. Löse dann die Spannung und fühle nach. Lasse dann die Spannung und bleue. Dein ganzer Körper, gelöst. Ruhig und angenehm entspannt. Konzentriere dich nun wieder intensiver auf deine Atmung. Atme aktiv ein und vollständig wieder aus. Erwecke deinen Körper langsam wieder. Bewege deine Zehen und deine Finger ganz leicht. Recke und strecke dich, so wie es sich für dich gut anfühlt. Gähne, wenn du möchtest. Mache dich ganz lang. Drehe dich noch einmal auf eine Seite. Öffne langsam deine Augen. Halte einen Moment inne. Aufmerksam nimmst du deine Umgebung wahr. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dass du dich gut entspannen und neue Energie tanken konntest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.